Hallo und herzlich willkommen diesmal zu einem etwas besondereren Anlass. Wie vielleicht der ein oder andere mittlerweile mitbekommen hat, let's play ich seit einem Jahr. Ich werde jetzt nicht irgendwie so ein, ja, bestes Szenenvideo machen. Ich werde mich einfach nur in aller Form bei meinen jetzigen Abonnenten bedanken, dass sie so lange die Treue geschworen haben. Auch die, die neu dazugekommen sind. Und danke, dass ihr da seid und, ja, mein Geburtstags-Let's Play sozusagen ist, ähm, das Let's Show von Minecraft. Das habe ich heute an meinem Jubiläum gestartet. Da habe ich mich dann getraut, endlich mal zu sagen, hey, macht das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.